ich bin wieder da diesmal sind wir leider naja naja ich konnte jetzt gerade weg dann kann ich das noch wechseln bitte nein zurück nein na gut ja jegesmann heute mal der edel ich bin schon ganz gespannt ja bitte und dann was hat er ein langschwert genau ah der langschwert und ein langschwert ok hammer ok schnellstöpning ok ok da oben sitzt doch jemand da ist unserer ok na dann wird dein Spirer aus dem Gründerer zum Angriff noch der h s Was? Was? Äh... Was? Wie denn das? Okay, das ist von hier... Äh, wie heißt... Wie heißt der Typ? Nein, der Typ, äh, das hat geboot. Keine Ahnung. Du lebend. Okay. Wie ist der Typ? Wie ist der Typ? Wie ist der Typ? Wie ist der Typ? Mann! Und ich denn hier reingeraten? Na toll, genau. Da komme ich natürlich nicht rüber. Ah... Müssen wir machen, wir liegen noch im... Wo? Ich glaube, ich habe mich zu weit hinten gesporen. Ah ja... Äh... Was wollte ich sagen? Ah ja... Wie ist der Typ? 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 Ich bin jetzt für ein Typ. Hier wird es bei uns geholfen. Warum dreht ich mich plötzlich so schnell? Das war ja total... Oh Mensch... Hey, bin ich zu stress? Okay... P... Na, und jetzt? Ja! Zu viel! Ich bin noch nicht mehr in den Schutz. Da oben haben die sich... Tja... Ich wollte nicht schauen... Nein, ich wollte nicht schauen... Na gut... Was ist das denn? So... Da ist er auch im Kampf... Hä? Alter... Hä? Wieso komme ich nicht da oben? Ah, doch... Jetzt da oben... Ach, das geht doch... Was ist das denn? So... Was ist das denn? Ich hab ja... Ein Torch, ne? Wo ist das denn? Dann ist das dann... Nein! Okay, jetzt probier ich's mal mit der dritten Person... Der hier... Und... Ich hab mal nämlich ne Einstellung... Äh... Steuerung... Äh... Entfindlichkeit... Entfindlichkeit bei... Äh... Beim... Beim... Äh... Oh... Nein! Beim... Schwingen oder... Plocken? Nein! Der hier... Das ist echt gut gemacht... Auf mich... Äh... Et... Benutzt jetzt... Zeine... Wahrheit... Ne... Herr... Wovon landest du? Das Ding soll weg. Oder auch nicht. Das Ding soll aber weg. Nicht, dass es gegen uns gerät wird. Oh, oh. Also, die Hiekelschaden sind vertikal. Und das hier, also. Oh, warte mal. Na, also. So. Aha, das ist ja. Komm her du, ich habe eine Alternative. Eine Alternative. Selma, ich stelle für dich. Warte mal. Warte mal. Komm her du. Hammer gegen Hammer. Nein. Nein. Au. Nein. 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 In Deutsch. äh, in deutsch wieso? hatte ich keine Ausdauer mehr? ups voll und wir sind wieder im Nachteil voll voll einfach nur voll voll von 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 Ich bin hier, ich platte ich mache das kaput! Ich bin hier. Was ist das? Hä? Kann ich schon wieder nur leben oder was? Okay. Ja, den Typ das äh ja kaputt machen. Kaputt 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 Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Also, geht doch! Ach, Mann! Ich drehe mich nicht zu lang! Viel zu lang! Würde ich mich schneller, denn? Wow, welch logig! Weiß mal im Ernst! Was ist das da oben? Wird Zeit hier aufzuräumen! Was ist denn das da? Ah, nix! War wohl scheinbar etwas in uns! Hier scheint... Knacks! Toll! Dankeschön! Halt! Schraubst du jetzt so schön wie du da draußen bist? Das ist nix! Kacke! Was? Wollt! Lass uns vor... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Mal gucken, wer als nächstes kommt und damit euch allen einen wunderschönen Tag und schöne Ferien noch.